Die WBS-Schulen in Plauen liegen ruhig im Norden der Stadt mit guter ÖPNV-Anbindung. Die weitläufigen und barrierefreien Räume befinden sich in der Dachetage eines sanierten Industriekomplexes. Viele Wandelemente werden von euch gestaltet. In Plauen werdet ihr optimal auf euren späteren Beruf in den Bereichen Pflege und Gesundheit ausgebildet. Außerdem bietet die Berufsfachschule Fort- und Weiterbildungen für euch an. Dabei nutzt ihr modernste Technik wie Tablets und digitale Tafeln. Im Hydro-Raum übt ihr als angehende Physiotherapeuten sowie Masseure und medizinische Bademeister Heilbehandlungen in Form von Bädern, Waschungen, Güssen und mehr. Im Pflege-Skills-Lab werdet ihr als die zukünftigen Pflegefachkräfte auf eure praktischen Einsätze optimal vorbereitet. Alle Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr für euch. In der Schule herrscht eine familiäre Atmosphäre. Mit täglicher Live-Kinetik trainiert ihr euer Gehirn für bessere Lernergebnisse. Mit speziellen, immer wechselnden Bewegungsabläufen wird damit eure neuronale Vernetzung gestärkt. Für die Pausenversorgung gibt es verschiedene Angebote in der Umgebung sowie eine eigene Cafeteria für euch. Deine WBS Schulen in Plauen. Lass dich jetzt individuell beraten zu einer zukunftssicheren Ausbildung mit Herz.